So, gut, das war mehr oder weniger, eher weniger erfolgreich hier. Halt. Ja, du da. Sehr gut, her damit. Also, fahren wir hin. Zum B, ne? Ups. Oh, das ist ja noch. B, da unten ist, hat B, ja, um, up, genau. Oh. Also, Masse Car als Cabriolet, das wäre doch immer schön. Au, 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 au. Oh, was ist das denn für eine schöne Spruchschanze da? Halleluja, das war knapp. Brumm, brumm. Au, au, Autoschrottplatz. Was? Mein Auto. Sofort zum P, ey. Ich komme. Eine Rückmeldung. Was, alles Clown? Fuck you. Fuck this. Wie viel Zeit habe ich? Boah, die werden mich kennenlernen. Heck. Ah. Caramba. Wow. Ich halte da eine Immobilie gegen die Feinde. Ja, ja, ja. Keine Bange. Wo sind sie denn, die Feinde? Da hinten. Da muss ich mich ducken. Da schießt er in sein Auto. Der ist wohl sehr wütend. Okay, allerdings von hinten. Hm. Da. Was ist das? Shortplatz verteidigt. Wow. Was bringt mir das? Das A-Team hier. The lost MCs. Ah, komm. Steigen wir mal ein. Wurde auch Zeit, dass C1-Sinema jemanden gewinnt, die ist. Genau. Danke. Hier Geld abholen oder was kann ich hier eigentlich? Auf jeden Fall nicht hier parken. Was kann ich denn hier machen? Was kann ich denn hier machen, überhaupt? Immobilie-Auto-Schrottplatz. Ja. Gibt es hier irgendeinen? Ach, ich kriege das einfach überwiesen, ne? Na gut. So, das B war ja auch direkt hier irgendwo. Hm. Aber es ist jetzt weg. Hm. Bleiben wir hier erstmal noch aus dem Gebiet raus. Da ja. So, jetzt wieder zurück, genau. So, was haben wir denn hier? Oh, ich bin schon im Film. 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 Oh, die drei Affen. Oh, ich bin schon im Film. 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 Hm? Okay, ich muss jetzt eher fahren, dann tschüss. Lass das Gebiet, das kann ich! Ah! Ich habe einen Schraub für dieses Job. Garbage tron. Wir holen einen von Ihrer Partie, und zurück nach der Straße. Und da ist ein Auto-reparungsplatz bei dem Airport, wo wir einen Tote fahren können. Was noch? Oh, ja, 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 weg. Das wäre schön. Wir holen etwas schnelles und discreed. Wir fahren es auf der Straße, einen guten Distanz von der Straße. Und sicher, dass es nicht nach dem, was wir in, wenn wir fahren. Das ist es. Okay, Mann, ich habe dich, doll. Was? Ich habe das. Vielleicht ein bisschen größer. Bist du mich. Fluchtfahrzeug wird ebenfalls benötigt. Ja! Ich habe hier eine E-Mail. Hi Trevor, hast du den Ausweisungen? Ich finde, die Zeit läuft. Letzte Position läuft. Ähm. Da. Ich habe hier halt noch zu wenig aufgedeckt, ne? Da vielleicht. Ja, das mache ich immer eh nicht jetzt. Zehn hat er schon. Wir machen das mit ihm mal. Ja, der ist auch schnell, oder? Halt! Halt! Nein! Nein! Halt! 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 Egal, ich weiß eh nicht genau, wo ich hin muss. Mit dem Fluchtfahrzeug, deshalb fahre ich jetzt einfach mal da zu dem Ding. Kein Bus. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist denn das? Was ist denn? Werde mich verarscht. Let's split. Ja, ja. Klein Scheißer. Ja, das war so klar. Was ist denn da oben? Ist da noch irgendwas besonderes? Ne, war einfach ein ganz normaler Hinterhalt. Wahnsinn. Ja, jetzt hat die wirklich Probleme, ne? Ja, das ist doch... Das ist doch bestimmt ein gutes Fluchtfahrzeug gewesen. Einfacher Viersitzer. Doch nicht so schnell wie gewünscht. Was ist denn das? Achso, der fährt. Nehme doch das. Hier, was brauche ich denn? Klaue den Müllwagen. Ja, nix. Leichter als das im Moment. Ja, du mich... Alter, steig da raus. Little pracks. Natürlich häng ich die Bullen ab. Aber sonst nichts zu tun. Der dreht. Der dreht. Oh, der dreht einfach. Also das hier erscheint mir als... Keine gute Idee. Ich darf den Highway drauf. Ja, noch besser. Ich komme über den rüber. Da ist ein bisschen Sackgasse. Ah, hier finden sie mich doch nicht, oder? Ah, die Bahn ist frei. Wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus? Ah, ja. Äh? Äh? Ah. Grandios. Huch, da fällt was von Dach. Der Erd in der Gladen. Styroporkanister mit Herz. tiny. Äh. Giant Cesum. Oh, wow, wow. Oh, damn. Ihr schwarzen Wolken. Verlasse den Müllwarten. Na gut. Ich habe mich hier dieses schöne Ding erweitert. Eine Lelle in den Staub. In den Staub? Was soll das denn heißen? So. Wo muss ich denn noch hin? Dahin muss ich noch. Zack. Ich ziehe aus an einem abgelegenen Ort. An einem abgelegenen Ort. Wo sollte denn das sein? Fluchtpunkt markieren, wenn du Trevor anrufst. Jetzt haben wir hier. Neu war überhaupt klar. Zack, 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 zack. Wo war's das? Oh, Autoschrift. Tenhouse. Wow. Ähm, kontakt. Franklin. Franklin. Fluchtpunkt markieren. Okay. Okay, müssen wir das mal lieber da stehen. Äh, wie ist die Sicht? Die Sicht ist kaputt. It's just a car, genau. Äh, beruhigt sein. Uh, der hat Glück gehabt. So, was bräuchte ich denn noch? Was brauchen wir noch? Oh. Ah. Was ist das? Macht aber nichts. Oh, sie ist schon hier. Klaue den Abschliff. Oha. Ja, da will ich eigentlich nichts tun, ne? Kann ich den ausmacken? Mal reinsetzen. Au. Oh. K.O. Fährt der jetzt eigentlich, oder? Was passiert da? Der fährt auch. Nehme ich mal mit. Ah, der quietscht vielleicht ein bisschen rund. Nehme ich mal mit. Dann haben wir direkt noch ein Auto mit. Genau, das sieht ja sehr authentisch aus, so. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass das Ausparken hier eine Qual wird, so. Und jetzt. Ja? Oder du an sieh, oder? Du. Das ist… Ende Kreis, also gepasst. Ganz locker an allen vorbeischlängeln, obseilig, eine wichtige Fracht dabei. Ja, Vorsicht, 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 Eieieieie, da biegt er einfach so ab. Ja, tut mir leid, da kann ich nicht mehr bremen, da war mir zu plötzlich, war nicht geblinkt, glaube ich. Verlass den Abschlöpfer, oh nein, haha, der ist, ja gut, weitern, mal hoch, nicht ein Kratzer, ja toll, ich hatte doch hier zu tun. Die Temperatur ist natürlich jetzt schon ziemlich hoch. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus bei dem Wagen, ne? Ach, da ist so ein Geldtransporter. Äh. Das ist immer sehr anstrengend. Ach, da ist so schön, durch die abendliche Stadt zu fahren, mit einem O-Timer. Alles ist ruhig. Schilder sind meistens auch nett. Das ist cortisol. Doch. Schilder sind ein Verbezifache. Ja, Prime-Members-Oni, ich bin ein Trend-Member. Ein Vanilla-Unicorn, hallo, hier was trinken, ja, ja, komm, du mein Armbringst. Was für eine stimmungsvolle Unterhaltung, sie ist auch ganz gebannt von mir. Kauf mal einfach nachher ein, weil ich's kann. Vertrag ich wohl, drei sind ja wohl, keine Ahnung. Oh-oh. Oh-oh. Hallo. Ich bin irgendwie ein bisschen getrunken, glaub ich. Ah, aber ist sie wieder klarer? Ich bin doch schon drin. Ja, gut, äh, möchte ich nicht, jetzt. Ja, der letzte hat mich echt ausgenüchtert. Geldautomat. Einzahl. Unterstand. Ja. Gehen wir anrufen? Nein. Hier ist Klo. Nein. Was ist hier? Hallo. Was haben wir denn hier? Club Rules. 18 and over developed picture idea, no cameras, no cell phones, no smoking. Ich will jetzt mal mein Telefon raus. Kamera. Snapmatic. Haha. Galerie speichern. Wow. One drink per tray is required, uh, uh, drink, uh. Required up on entry and one drink per tray per hour. Haha. Not the drink permitted. The admission on your birthday, dress code. Oh, white t-shirts mostly tucked in, no gang attire. Ah, 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 ah. Ja, noch schnell ein Foto. Da. Haha. Keine Fotos erlaubt. Oh. So, mein Auto steht sogar noch da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist, denn übersetzt wird's. Ich bin bereit. Trennete einig! Trennete?